Ihr seid richtig heiß, das ist schön. Okay, bei dem nächsten Track muss ich kurz noch was dazu erzählen. Wir haben ja, wie gesagt, Gäste aus China da und der gute Mann Digit hier. Macht mal bitte einen dicken Fönn-Applaus für Digit! Wir haben uns vor knapp einem Monat ein Beat zugeschickt und dann gemeint, hey, macht mal was drauf. And you digit! Und das ist alles. Und das haben wir gemacht, wir haben schon ein Lied draus gemacht und er macht jetzt ein Video daraus. So, und das passiert jetzt, genau live hier. Also das, was ihr gerade im Hintergrund seht, das ist das Original. Denn dieses Beat, den wir bekommen haben, auf den haben natürlich auch schon chinesische Rapper gerappt. Und wir haben die große Ehre, jetzt das Ding praktisch nochmal zu re-rappen. Re-rappen. Gut. Gut, also. Wenn wir jetzt gleich mit diesem Video anfangen, mit diesem Lied anfangen, und er das Video auflimmt, dann möchte ich haben, dass er ihn richtig auslimmt. Dass alle Jungs die Oberteile ausziehen und die Jungs, äh, 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 Scheiße, oder? Scheiße. Ja, egal. Egal, zieht aus, dann geht's egal. Also, ich möchte haben, dass er richtig auslimmt. Ihr seid dann hoffentlich alle im Video mit drin, wenn er den Digit mal, uuuh, was? Okay, you look elabert, lass uns das Video auf den Weg. Ich kreibe auf Shenlong nach Shanghai, seh die Welt in ihrer Ganzheit, begleite Gottes Kinder, solang mein Glaube mich antreibt. Anscheinend ist die Route, lebt die Selbstverfreude, händlich ab mit einem Flow, der über Grenzen wächst. Gib mir Respekt, liebe Respekt, habe Hoffnung, Vertrauen in die Seele gestellt. Funky Rap, Funky Fett, aber die Nami, die verletzte meine Welt, die Aki. Und ich gehe weiter meinen Weg aus der Suche nach Ausgeglichenheit, ein ewiger Optimist, auch wenn die Aussicht eher beschissen bleibt. Der Wiesbyspand und warte mal ab, was die für Missentrall, was das Ganze bringt sie so erst nach einer gewissen Zeit. Staffelbergs, Italian Style, Metalli und Peace. Tschüss, es ist nett, happy US. Und bin noch größer, wenn sie auf MCs aus China trifft. Ohne Freunden weiter, bis jeder die gleiche Sprache spricht. Es ist immer noch OM, weltweit vernetzt. Verwachen, wo man kommt, bis zur chinesischen Mauer. Wir wegen die Styles, wie das Jahrtausend überdauern. Und wir bringen uns vor, dass es tausend überdauern. Off Hubbett Dünnade Tektir Kaatschkehre Söylete im Gerektir Nere de hareket, ona da bere kerte Söngelare Aschmak, Hedessir Kutalare Asse, Krallare Yassse Elbop, Söngelung, Kizkanandare Lassen Bilechi Özge, Samatek, Besölse UL, Helfon, Dusharrappin, Döse, Döse Ein DJ, vier Rappers, die Fliege aus Kanton Füllen das den Schritt und das Startschirm Das ist die Reise nach Westen, nur umgekehrt Und jede Teile ist nicht ungefähr, sondern eher Wunderwerk Wir sind schon damit, bewaffnete Schatten Doch ihr seht uns nicht, steigen im Schatten des Andes Diese Musik, diese Kunst, ist meine Klinge Ich, der Namen nur, vielleicht alle unter einem Himmel Es ist immer noch O.F., Weltweit benetzt Um an Pumatronis zu schirerischen Mauer Wir bringen die Zeit, wie das Jahrtausend überdauern Es ist immer noch O.F., Kingstiles sind weg Um an Pumatronis zu schirerischen Mauer Wir bringen die Zeit, wie das Jahrtausend überdauern DJ Typho DJ Typho DJ Typho DJ Typho DJ Typho Oh, 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 Weltweit benetzt Oh, 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 oh Um an Pumatronis zu schirerischen Mauer Wir bringen die Zeit, wie das Jahrtausend überdauern Es ist immer noch O.F., oh, 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 oh Kingstiles sind weg Oh, 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 oh Um an Pumatronis zu schirerischen Mauer Wir bringen die Zeit, wie das Jahrtausend überdauern Die Chinesen sind so geil, ey. Kommt die beiden in die Kamera für eine Hamba ein. Und da sind Krone halt auch, ne? Saugau, ey. Ich hab mal gute Büsse aufgerissen, ne? Okay, wir sind doch alle hier, weil wir alle...